Wilds of Eldraine, Episode 3, zwei große Festmale Rowan, ich hoffe, dieser Brief erreicht dich. Ich kann nicht sagen, dass er dich gut erreichen soll, denn ich weiß, dass es dir nicht gut geht. Du bist wütend, du bist frustriert, ich verstehe das. Nichts macht mehr Sinn. Seit du weg bist, habe ich mir jeden Tag Sorgen um dich gemacht. Du verlierst die Kontrolle am Berg, gehst weg, du versuchst zu helfen, aber du machst dich selbst kaputt. Womit wir es zu tun haben, sollte niemand allein bewältigen. Wir sind eine Familie. Bitte komm nach Hause. Ich weiß, dass du leidest, aber gemeinsam können wir einen Weg finden, dir zu helfen. Dein Bruder für immer, Will. Rowan liest das Schreiben einmal. Die saubere Handschrift ihres Bruders starrt sich vom Papier an. Ich weiß, dass du wütend bist, ich verstehe das. Wir können einen Weg finden, dir zu helfen. Wenn er verstehen würde, dann wäre er hier. Wenn er helfen wollte, wäre er auch hier. Stattdessen sitzt sie allein in einer Taverne. Der Kurier in der Tracht der Kenriffs wartet auf eine Antwort. Sie versucht an eine zu denken. Es ist richtig, dass ich wütend bin. Unsere Welt bricht um uns herum zusammen und wir haben keine klaren Antworten. Du willst zu Hause sitzen und warten, bis diese auftauchen. Ich habe es satt zu warten. Warum macht ihr das solcher Angst vor mir? Der Bote nähert sich. Rowan hat noch immer ein leeres Blatt vor sich. Sie faltet es in drei Teile und übergibt es dem Diener ihres Bruders. Gib ihm das und sag ihm, er soll zu mir kommen, wenn er es ernst meint. Ein knappes Lächeln, ein Nicken, der Bote geht. Rowan kehrt zu ihrem Getränk zurück und sieht darin ihr eigenes Spiegelbild. Das Gesicht, das Will auf dem Berg so erschreckt hatte. Für sie sieht es nicht so beängstigend aus. Was von Ardental übrig geblieben ist, erwartet die abtrünnige Ritterin. Ein Nebelschleier liegt über den Hügeln und Tälern und verbirgt die Metallkörper darunter. Wenn sie einen falschen Schritt macht, stürzt sie vom Pferd in einen Graben aus Phyrexianern. Als sie sich dem Schloss nähert, sieht sie immer noch mehr von dem violetten Wirbel des bösen Schlummers. Als sie vor den zertrümmerten Toren steht, muss sie sehr aufpassen, wohin ihre Füße treten. Doch Rowan ist nicht sehr vorsichtig. Ein Blitzschlag reißt ein Loch in das große Eichentor. Sie tritt hindurch. Der Geruch von brennendem Holz haftet an ihrem Mantel und steigt die violett ummantelte Treppe hinauf. Sie kommt nur fünf Schritte weit, bevor sie die Ritter sieht. Sie sind würdevoll, auch wenn ihre Rüstungen die Patina des schlechten Gebrauchs tragen. Jede ist so stark und robust, wie sie es beim letzten Mal war, als Rowan sie sah. Denn sie kennt diese Helme, diese Rüstungen, diese Menschen. Ihre Kameraden stehen mit ihren Waffen bereit. Das Schlimmste aber ist, dass jeder von ihnen in den Nebel des Schlummers gehüllt ist. Wie die Fäden eines unsichtbaren Puppenspielers steigt er aus jeder Gliedmaße und jeder Waffe empor. Während sich die Ritter selbst nicht bewegen, ist der Nebel mehr als schlau genug, um diese zu bewegen. Ein Pfeil, der von einem ihrer ehemaligen Bogenschießlehrer abgefeuert wird, verfehlt sie um Münzbreite. Muss dieser Krieg sie weiterhin auslöschen, ihre Brust schmerzt. Ich bin's, ruft sie ihnen zu. Ich bin's, Rowan, wacht auf. Ein weiterer Pfeil wird abgefeuert. Diese wird mitten im Flug abgeschossen. Der Kloß in Rowans Hals wird immer größer. Kämpfen scheint die einzige Option zu sein. Sie macht ihre Klinge breit und beginnt sich durch das Handgemenge zu kämpfen. Sir Saxon, ein Waldläufer mit einem großzügigen Herzen, und Sir Joshua, der Bestienbändiger, verbrachten einst all ihre Wachenstunden zusammen. So ist es auch jetzt, da der Schlaf sie eingeholt hat. Saxon schwingt seine Knochenaxt, einen Schlag, den sie parieren muss. Joshua nutzt die Gelegenheit, um seinen Kriegshammer auf ihr Bein niedergehen zu lassen. Schmerz schärft ihre Sicht. Die alten Kopfschmerzen kehren zurück, als wären sie herbeigerufen worden. Rowan klettert von Joshua weg. Sie zielt auf seine und Saxons Füße und kanalisiert eine weitere Explosion. Beide Männer werden von den Füßen geschleudert. Metall klappert, als sie gegen die Wand in der Nähe prallen. Der Schlummer hält ihre Körper schlaft. In diesem Fall eine gute Sache. In solchen Momenten ist es am besten, locker zu bleiben, um Verletzungen zu vermeiden. So Joshua hat ihr das gesagt. Mit klingendem Kopf und Sorgen schwer wie eine Krone weicht sie einem weiteren Pfeil aus. Schwerter, Hämmer, Sicheln und Keulen erheben sich, um sie auf der Treppe zu treffen. Ihre alten Gefährten tun ihr Bestes, um ihr die Knochen zu brechen. Das Beste, was sie tun kann, ist ihnen auszuweichen, aber das reicht nicht immer aus. Mehr als einmal ist sie gezwungen, einen weiteren Schlag auszulösen. Jeder Schlag hinterlässt einen größeren Krater als der letzte. Und jedes Mal wird es spannender. Sie würde es gerne leugnen, aber es ist die Wahrheit. Selbst während sie sich um ihre Freunde sorgt, merkt sie, dass ihr Blut von der Melodie singt, die ihr diese neue Kraft beschert hat. Und das wiederum macht es leichter, sie zu nutzen. Egal wie oft sie sich sagt, dass es genug ist, sie darf nicht die Kontrolle verlieren. Das ist nun nicht so leicht zu bewerkstelligen. Als sie oben auf der Treppe ankommt, liegen die Ritter unter ihr begraben. Sie blickt in die verkohlte Ruine, die einste Burg war. Und dort findet sie weitere Ritter, die warten. Unter fremden Banner stehen sie, die Waffen in der Hand, die Köpfe ihr zugewandt. Seit Monaten liegt niemand mehr auf Burg Ardental. Doch diese Ritter tragen statt ihrer Rüstung ihre Hofkleidung. Jeder von ihnen ist so gekleidet, dass jemand vom Hocker reist. Ein plüschiger, violetter Teppich führt über einen Schleier aus wechselnden Schatten. Rowan ergreift ihr Schwert und schreitet voran. Funken sprühen in ihrer Hand und entlang der Klinge. Sollte sich jemand nähern? Nun, ist es nicht besser, Kämpfe so schnell wie möglich zu beenden? Ist das nicht das Barmherzigste? Sie erwartet, dass die Ritter sie angreifen werden, wie sie es auf der Treppe getan haben. Das tun sie auch, allerdings nicht so direkt. Anstatt sich direkt auf sie zu stürzen, tanzen sie im Walzerschritt auf sie zu. Einige halten Partner in ihren freien Händen. Selbst die schrecklichen Tänzer bewegen sich mit einem unheimlichen Anmut durch die Ruinen von Schloss Ardental. Die Paare trennen sich nur lange genug, um einen Blick auf sie zu werfen, bevor sie zu ihrem seltsamen Tanz zurückkehren. Als sie einem Ausfallschritt ausweicht, gerät sie in die Schussbahn eines Kopfhiebs, dem sie ausweicht und der sie dem Schwung einer helle Barde aussetzt. Sie hebt einen Arm, um abzublocken, doch jemand ergreift ihre Hand und zieht sie weiter in die unheimlichen Feierlichkeiten hinein. Dutzende von Rittern drängen heran, ein wirbelnder Garten der Schlummernden. Rowan kann sich nicht bewegen, ohne einen anderen zu berühren. Ihr Schwert wird ihr aus der Hand gerissen, der Atem schnürt ihr die Kehle zu. Unentschlossenheit ist ein Pranger. Die Menge treibt sie voran, jedes Paar Tänzer ein Rädchen. Die Schwerte kommen, das weiß sie, aber sie muss einen Weg finden, um ihn durchzukommen. Sie greift mit der freien Hand nach dem schwingenden Schleier, nur um eine blasse, weiße Handfläche gegen ihre eigene zu sehen. Willkommen am Hof der glühenden Königin, Rowan Kenrith. Mit einem Mal kommt der stille Tanz zum Stillstand. Dann fallen sie gemeinsam auf die Knie. Rowans ehemalige Partner bleibt stehen. Ein Wesen von seltsamer und schrecklicher Schönheit, dessen Gesicht ausgehöhlt ist wie ein Kelch, studiert sie. Rauch steigt aus den Gruben auf, in denen sich ihre Augen befinden sollten. Ein grausamer Mund lächelt, als die Gestalt ihren Kopf neigt. Wir haben auf dich gewartet. Rowan greift aus Gewohnheit nach ihrem Schwert, nur um sich dann daran zu erinnern, dass es im Getümmel verloren gegangen ist. Sie kann es unter den Knien nicht entdecken. Du bist Aschok. Ich habe schon von dir gehört. Er grinst nur und zeigt dabei einen Maul mit spitzen Zähnen. Was machst du denn hier? Meinst du auf Eldraine oder auf Schloss Adenthal? Sie ist sich selbst nicht sicher. Ich bin ein Freund und Brater derjenigen, die du hier suchst. Sie hat bisher außergewöhnliche Arbeit geleistet. Er gleitet an ihr vorbei, die Luft ist kühler, wo er sie berührt hat. Eine einfache Geste hinter ihr und einer der Ritter holt ihr Schwert hervor. Er hält es ihr hin, quer über seine Handflächen gelegt. Die Gestalt drückt ihr die Schulter. Nur zu. Das ist doch, wonach du gesucht hast, oder? Sie hat dieses Tableau schon einmal gesehen. Ihr Vater und ihre Mutter schlagen die neuesten Würdenträger zum Ritter. Die Kronen auf ihren Köpfen. Die Krone, die sie in der Vision gesehen hat. Robins Nackenhaare erheben sich. Sie nimmt das Schwert. Lass diese Leute gehen, sagt sie. Aber sie hebt die Klinge noch nicht gegen die geheimnisvolle Gestalt. Bist du sicher, dass du das willst, fragt er. Ich bin sicher. Sie sind meine Freunde und sie haben ohne deine Einmischung genug gelitten, sagt Rowan. Wenn du die Schläfer kontrollieren kannst, bist du derjenige, der uns verflucht hat, nicht wahr? Sein Lächeln zeigt zwei Reihen spitzer Zähne. Diejenige, die euch verflucht hat, liegt dort jenseits des Schleiers. Willst du mit ihr sprechen? Rowan knirscht mit den Zähnen. Sie wartet nicht darauf, dass die Gestalt sie führt, sondern macht sich selbst auf den Weg. Als sie das hauchdünne Grau erreicht, ist es die Gestalt, die es für sie teilt. Auf der anderen Seite steht eine volle Festtafel, an deren Kopf eine schöne Frau in Schwarz sitzt. Die Frau hebt einen Kelch in ihre Richtung. In ihrer anderen Hand, so sieht Rowan, befindet sich ein gläserner Apfel, aus dem sie Stränge von durchscheinenden Violett schlängeln. Magie. Rowan Kenriff, es ist mein Vergnügen und eine Ehre, dich endlich kennenzulernen. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du genau wie deine Mutter aussiehst? Die gesichtlose Gestalt zieht ihr einen Stuhl zurecht. Rowan ignoriert ihn und geht direkt auf die Frau zu. Wer auch immer du bist, du hast wirklich Nerven. Diese Frau hat nichts mit der Sache zu tun, sagt sie. Sie hebt das Schwert über den Kopf und lässt es dann mit einem mächtigen Schwung fallen. Dass sie nur eine Haaresbreite vor dem Gesicht der Frau stehen bleibt, zeugt von ihrer neu gewonnenen Kontrolle. Rowan wünscht sich nichts Sehnlicher, als die Welt von ihr zu befreien. Von diesem Fluch. Heißt sie mich nur hergerufen, um kranke Witze zu machen? Die Frau macht keine Anstalten, sie aufzuhalten oder gar aufzustehen. Sie trinkt einen Schluck aus ihrem Kelch. Liebe Rowan, ich habe dich hierher gebracht, weil ich das Feuer in dir bewundere. Ein Ritter ist auf dem Schlachtfeld auf alle Arten von Waffen vorbereitet. Schwerter, Pieken, Pfeile, Hämmer. Worauf sie nicht vorbereitet sind und wogegen Rowan auch nie trainiert hat, ist eine solche entwaffnende Aufrichtigkeit. Ihr Griff gerät ins Wanken. Was? Die Frau lächelt. Sie legt ihre manikürten Finger auf Robans Knöchel und schiebt das Schwert sanft aus seiner Bahn. Die anderen haben Angst vor dir, nicht wahr? Deine Kameraden, dein Volk, sogar deine Geschwister. Rowan schluckt. Du weißt nichts über sie. Trotzdem hast du mir noch nicht gesagt, dass ich mich irre, sagt die Frau. Sie wendet ihren Blick nicht ab. Ihre Augen sind voll wie mit. Die Familie deines Vaters sagt dir, dass du dich verändert hast. Dein Bruder erkennt dich kaum wieder. Du hast furchtbare Schmerzen. Daraus scheint nur zu versuchen, dich zu heilen. Ist es nicht so, mein Schatz? Rowans Mund öffnet sich. Sie kann sich nicht dazu zwingen, ein Wort herauszubringen. Die Frau erhebt sich. Rowan lässt sie gewähren. Wie ihre Mutter es schon so oft getan hat, streicht sie Rowan eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Ich weiß, wie es ist, wenn sich die eigene Familie von einem abwendet. Aber das werde ich nicht. Warum ist es? Warum fühlt es sich so an, auf diese Weise gesehen zu werden? Rowans Atmung ist unruhig, als sie zugeben möchte. Du hast so hart gearbeitet, um allen Sicherheit zu bringen. Seit dem Angriff denkst du an nichts anderes mehr, als sich um das Reich und die Familie deines Vaters zu kümmern. Damit dir nie wieder jemand wehtut, sagt die Frau. Sie setzt sich noch einmal hin. Du wolltest wissen, warum ich dich hierher gebracht habe. Warum ich den bösen Schlummer erschaffen habe. Genau wie du wollte ich mein Volk in Sicherheit bringen. Die Eindringlinge hatten keine Chance, sich gegen so etwas zu wehren. Dass es sich auf die anderen ausgebreitet hat, ist bedauerlich. Aber selbst in diesem Unglück habe ich etwas Schönes entdeckt. Willst du wissen, was das ist, Rowan Kenriff? Ihr Mund ist trocken geworden und ihre Kopfschmerzen pochen heftiger denn je. Wenn diese Frau Rowan tot sehen wollte, dann wäre sie es sicher auch. Und wenn der böse Schlummer wirklich ein Mittel war, um die Inversion zu stoppen. Ihre Mutter drängte sie, sich zu beeilen und ihr Vater setzte sich in Bewegung, um einen hoffnungslosen letzten Widerstand zu leisten. Was wäre, wenn Rowan es hätte verhindern können? Was wäre, wenn sie die Eindringlinge hätte einschläfen können, wie diese Frau es getan hat? Ich würde, sagte sie, ich würde es gerne wissen. Das Lächeln der Frau ist warm wie Glühwein. Sie wendet sich an den Fremden. Aschok, würdest du bitte? Ein Blinzeln, ein Moment der Dunkelheit, nicht mehr als das. Als sie ihre Augen wieder öffnet, stehen ihre Eltern an der Seite der Frau. Da ist ihr Vater ganz wie in der Vision und ihre Mutter strahlend und stolz. Rowan, der die Worte fehlen, stürzt sich in die Arme ihrer Eltern. Nur damit diese dann verblassen, nachdem sie sie in ihre Arme geschlossen hat. Rowans Wimmern ist weder das eines Ritters, noch das einer erwachsenen Frau. Es ist das Wimmern eines Kindes, das aus einer Hütte getragen wurde und noch zu jung ist, um zu verstehen, was gerade passiert. Wie kalt sie sich fühlt, wenn sie dort steht, wo sie noch vor wenigen Augenblicken standen. Es fühlt sich echt an, nicht wahr? fragt die Frau. Rowan kann nur nicken und starrt auf ihre Hand. Ein wenig von ihrer Wärme haftet noch an ihrer Haut. Warst du es, warst du es, der die erste Vision geschickt hat? Mit der Unterstützung meines eigenen Mentors, ja, antwortet die Frau. Mein Vater sagte, ich würde hier mein Blut finden, sagt Rowan. Ihre Stimme beginnt zu schwanken. Du hast gesagt, ich sehe aus wie meine Mutter. Du hast nicht Linden gemeint. Das Lächeln der Frau ist seltsam nostalgisch. Rowan wird klar, warum. Sie lächelt auf die gleiche Weise. Nein, das habe ich nicht. Diese Frau hat mich und meinen Bruder getötet. Sie wollte unser Blut trinken, sagt Rowan. Jedes Wort ist ein Schnitt. Meine Schwestern waren nie für ihre Weisheit bekannt. Nur für ihren Ehrgeiz, sagt die Frau. Deine Mutter war die grausamste von uns. Dein Vater hatte Recht, sie niederzuschlagen. Und Linden hatte Recht, als sie dich rettete. Aber das löscht die Magie in deinem Blut nicht aus, Rowan. Du kannst sie für etwas Gutes einsetzen. Du hast die Möglichkeit, unser Geschlecht zu rehabilitieren und dem Reich einen Segen zu gewähren, der seinesgleichen sucht. Wut in ihrem Herzen. Sie starrt auf ihre Hände, die bereits mit Blut bedeckt sind. Wie lange hatte sie diesen Teil von ihr verleugnet? Die Explosion am Berg. Ihre Schwierigkeiten zu beherrschen. Was, wenn das das Blut der Hexe in ihrem Inneren war? Und der Traum, den diese Frau ja gewährt hatte? Wie lange war es her, dass Rowan so glücklich gewesen war? Warum hat man mir nie von dir erzählt? Die Frau antwortet. Ich nehme an, sie wollten nicht, dass du in unsere Fußstapfen trittst. Aber es spielt jetzt keine Rolle mehr. Rowan schluckt. Der Sturm in ihrem Inneren ist fast zu stark, um ihn zu ertragen. Jeder, den du auf dem Weg hierher gesehen hast, jeder Träumer im Reich, erlebt dasselbe. Sagt die Frau. Was immer sie verloren haben, ist zu ihnen zurückgekehrt. In fröhlichen Hallen feiern sie den Sieg des Reiches, umgeben von allen, die ihnen lieb und teuer sind. Malerische Wiesen, fernab von allen Trubel. Der Schoß eines geliebten Gefährten. Wo immer sie sein wollen, dort sind sie. Dort werden sie bleiben. Keine Sorgen, keine Ängste. Die Menschen brauchen mehr als Träume, mein Rowan. Doch es fühlt sich hohl an, so hätte es überhaupt zu sagen. Wenn sie die Möglichkeit hätte, die Ewigkeit in einem Traum mit ihren Eltern zu verbringen. Könnt ihr verfluchtes Blut das dem ganzen Reich gewähren? Manche schon, sie können wach bleiben. Aber für diejenigen, die fliehen wollen, habe ich einen Weg gefunden, es ihnen zu ermöglichen. Ihre Körper dienen noch meinem Willen, aber ihre Gedanken sind woanders. Rowan holt Tiefluft. Der Schlummer sucht sich nicht aus, wen er nimmt. Du gehst nicht einen nach dem anderen an sie heran und bittest sie. Was auch immer dein Wille ist. Mein Wille ist der gleiche wie deiner, Rowan. Ich will, dass das Reich sicher ist. Ich will es führen. Ich will Macht, sagt die Frau. Macht, um Bedrohungen abzuwehren. Macht, um meine eigene Zukunft zu sichern. Nichts auf dieser Welt ist so sicher, so lebenswichtig wie Macht. Mit Macht kann man sich Loyalität verschaffen, stärker werden, jede Herausforderung ertragen. Die sich einen in den Weg stellt. Um sie zu ergreifen, braucht man Mut und Wissen über seine Feinde. Sie zu besitzen, verleiht einem nur noch mehr. Das hast du inzwischen begriffen, nicht wahr? Das ist der Grund, warum niemand deinen Bruder respektiert. Und der Grund, warum sie dich fürchten. Du hast für ihren Geschmack zu viel von meiner Schwester an dir. Aber ich kenne dein Potenzial. Ich kann für dich da sein, so wie sie es nie war. Robins Blick fällt auf den Boden. Auf die Fliesen, die sie ihrem Vater bei der letzten Renovierung des Schlosses ausgesucht hatte. Sie mochte die Sonnenschliffmuster. Die Menschen respektierten ihre Eltern. Sie waren gute Krieger, hatten ein gutes Herz und hatten sich ihren Platz verdient. Was hat Will getan? Er hat ein gutes Herz, aber ohne den Rest würde jemand... Und ist es nicht das Netteste, was sie tun kann, wenn sie die Menschen glücklich macht? Ganz zu schweigen von all dem, was diese Frau, ihre Tante, für das Reich getan hat. Bevor sie hierher kam, dachte Rowan, der Schlummer sei ein Fluch. Aber jetzt sieht sie, was er für ein Segen sein kann. Das Reich hat so viel verloren. Ist es nicht das Richtige, das Ehrenhafte dafür zu sorgen, dass es ganz bleibt? Und während ihre Untertanen schlummern, kann sie sich um ihr Wohlergehen kümmern. Mit einer Armee von Schläfern wie dieser könnte sie... Sie könnte das Reich vereinen. Sie könnte den Fluch ihrer Geburten etwas Schönes verwandeln. Du verstehst es doch, oder? Sagt die Frau. Ich wusste, dass du es verstehst. Robyn drückte ihre Augen zu. Sie kann es in Ordnung bringen. Sie kann alles in Ordnung bringen. Wenn sie nur könnte... Kannst du es mir beibringen, den Menschen auf diese Weise Frieden zu bringen, sie zu beschützen? Kannst du mir das Planeswalken wieder beibringen? Der Funke ist erloschen, sagt Asiak, und seine Stimme ist ein langgezogenes Zischen. Für dich und für viele andere. Die Frau steht auf und grinst. Aber der Rest wird mir ein Vergnügen sein. Jeder Herrscher braucht einen Erben. Auch sie öffnet ihre Arme. Mein Name ist Eriyet, mein Schatz. Willkommen zu Hause. Als Rowan ihren Kopf auf Eriettes Schultern legt und sich zum ersten Mal seit Monaten entspannt, fragt sie sich, was das wohl soll. Wie lange ist es her, dass jemand sie auf diese Weise verstanden hat? Du darfst nur nicht nach unten schauen. Du hast leicht reden. Du hast das schon mal gemacht, schreit Rubinia. Auf halber Höhe klammert sich Rubinia an die Ranke, als ob diese ihr Geld schulden würde. Das tut sie auch. Peter hat es mit seinen Verletzungen nicht mehr auf den Baum geschafft. Aber er hat ihnen sein ganzes Erspartes gegeben, damit sie einen Führer anheuern konnten. Dieser Führer, Trojan, ist ihnen weit voraus. Er steht auf einem Blatt so groß wie eine Pferdekoppel und beobachtet Kellen und Rubina beim Klettern. Das ist nicht wahr. Ich bin noch nie auf eine Bohnenranke geklettert. Kein einziges Mal. Sie sagten, sie seien ein erfahrener Kletterer, ruft Kellen. Die Luft ist so dünn, dass es ihm wehtut, das zu tun. Trojan sah aus wie ein Bohnenkletterer. Blau häutig und schneidig, gekleidet in kräftigem Grün und Blau, ein seltsames Fabelwesen mit zu vielen Wappen auf seinem Mantel. Auf dem Schild, das er trug, stand sogar Berufswanderer und Abenteurer. Das war der einzige Grund gewesen, warum sie ihn eingestellt hatten. Naja, das und wie selbstsicher er war, als sie ihn fragten, ob er wüsste, wie man eine Bohnenstange hinaufkommt. Das bin ich, sagte er. Ich bin früher auf viele Türme geklettert und habe alle Wettbewerbe gewonnen, die es gab. Eine Bohnenstange ist eine angenehme Abwechslung. Kellen runzelt die Stirn. Seine Arme tun ihm weh, seine Schultern schmerzen und das Atmen fällt ihm schwer. Aber irgendwie macht Trojan seine Sache gut, obwohl er weiter oben steht. Aber wir haben dich angeheuert, um uns zu helfen. Ja, sagt Rubina, mach deine Arbeit. Trojan seufzt. Schon gut, schon gut, du hast recht, sagt er. Er setzt sich auf den Rand des Blattes, dann schiebt er seinen schweren Rucksack auf den Schoß. Daraus holt er zwei Glasfläschen mit einer öligen, glitschigen Flüssigkeit hervor. Der Stopfen ist mit knolligen Warzen übersät. Ich habe sie für schwierige Zeiten aufgehoben. Die sind hier in der Gegend schwer zu bekommen, weißt du. Aber da du mich so gut bezahlst, sei nicht so selbstgefällig, schimpft Rubina. Ich denke, ich kann zwei entbehren, sagt Trojan abschließend. Aber du musst erst einmal hierher kommen. Rubina stöhnt und Kellen tut es ihr gleich. Ein Held zu sein ist nicht so toll, wie man es sich vorstellt. Aber wir müssen zugeben, dass er neugierig ist, was diese Tränke bewirken. Er gibt sein Bestes. Nach 15 Minuten Einstrengung erklimmt er das Blatt. Trojan ist so freundlich, ihm hochzuhelfen. Er wirft Kellen das Fläschchen zu. Als er den Deckel abnimmt, schweben Blasen auf seiner Haut. Eine landet auf seiner Nase. Als sie zerplatzt, riecht er Sumpfwasser und spürt ein leichtes Summen in seiner Kehle. Kellen kann sich genauso wenig zurückhalten, es zu trinken, wie ein Schaf sich zurückhalten könnte, zu grasen. Er kippt es in einem durstigen Augenblick hinunter. Seine Zunge ist das Erste, was sich verändert. Das Kribbeln weicht einem dehnenden Gefühl und bald rollt sie aus seinem Mund wie das entrollende Banner eines Ritters. Als nächstes kommt seine Haut. Nessend und glitschig. Dann eine Art aufgestauerte Energie in seinen Beinen. Als er den Mund öffnet, kommt nur noch ein schmieriges Krächzen heraus. Kellen gluckst. Ziemlich cool, was? Keine Sorge, das ist nur vorübergehend, sagt Trojan. Er deutet auf die freie Luft über ihn. Na los, springt! Aber pass auf die Landung auf. Rubinias Hand berührt das Blatt. Kellen hilft ihr auf. Als sie seine nun knolligen Augen und seine herausringende Zunge sieht, erschrickt sie. Was hast du mit meinem Freund gemacht? fragt sie Trojan. Rubinia, mach dir keine Sorge, mir geht es gut, sagt Kellen. Er lächelt, um das zu verdeutlichen. Ich denke, wir können vielleicht ganz nach oben springen, wenn wir das hier trinken. Rubinia blinzelt die beiden abwechselnd an. Du verlangst viel von mir. Kellen hält das andere Fläschchen hoch. Er hat die Froschifikation in einer Flasche. Ich denke, wir können ihm hier vertrauen, sagt er. Wenn ihr da hoch wollt, müsst ihr springen, schaltet sich Trojan ein. Rubinia seufzt. Sie wirft einen Blick auf das Fläschchen und schüttelt dann den Kopf. Ich werde mich an dir festhalten, Kellen. Wenn diese Dinger so schwer zu bekommen sind, dann sollten wir sie lieber aufheben. Dreh dich um. Kellen tut, was ihm gesagt wird. Woher hast du die eigentlich? Hat eine Hexe sie für dich gemacht? Eine Pause, in der Rubinia huckepack aufsteigt. Warte, du bist keine Fee, oder? Nein, nein, ganz und gar nicht. Gib mir ein bisschen mehr Geld und vielleicht erzähle ich dir, wie ich sie gefunden habe. Miststück, murmelt Rubinia. Das habe ich gehört. Kellen lacht. So hoch oben sie auch sind. Er hat keine Angst, nach unten zu schauen. Nicht, wenn er sich so fühlt. Ob durch die Gnade des Blitzes oder durch einen anderen unsichtbaren Mechanismus. Er fühlt sich lebendig. Man war das letzte Mal so unter freundlichen Menschen. Menschen, die nicht zu seiner Familie gehörten. Bereit, fragt er. Bereit. Kellen, der Bauernjunge aus Orangeshire, springt in den Himmel und der Himmel senkt sich ihm entgegen. Blasen aus Sumpfwassern springen seine Füße und treiben sie höher und höher. Ein Quaken dringt erst an seine Ohren, nachdem sie die Wolken durchbrochen haben. Auf der anderen Seite. Ein mondbeschienenes Schloss erwartet sie. Es ist weniger beängstigend, sich auf den Boden zu stürzen, wenn der Boden in der Nähe ist. Kellen landet nur mit einem leichten Stolpern. Er fällt mit dem Gesicht voran, aber Rubinia bleibt unverletzt. Sie reicht ihm die Hand, während sie die brachiale, hoch aufragende Fassade des Schlosses bewundert. Wir sind wirklich hier, was? Sagt sie. Sturmquell. Es ist riesig, sagt Kellen. Es ist schwer zu verhindern, dass ihm angesichts der schieren Größe der Mund offen steht. Riesen sind groß, aber bis jetzt hat er noch nie einen Hinweis darauf bekommen, wie groß sie wirklich sind. Er deutet auf die großen Türen, jede für sich so groß wie ein Turm. Sieh mal, wir können wahrscheinlich direkt unter den Türen hindurch gehen. Sie dürften nicht viele menschliche Besuche bekommen, sagt Rubinia. Wir müssen für sie wie Mäuse sein, die ihm ihr auf ganzes Futter stehlen. Nur wenn sie uns erwischen, sagt Kellen. Es war eine gute Entscheidung, nachzukommen. Ich wette, alle schlafen schon. Rubinia lächelt und beginnt den Weg entlang zu gehen. Jede Steinplatte ist so groß wie ein Pferd und man braucht mehrere Schritte, um sie zu überqueren. Auf mich zu hören, ist immer die richtige Entscheidung Held, sagt sie. Er schlurft, um Schritt zu halten. Sollten wir nicht auf Trojan warten? Soll er doch einen weiteren Rekord brechen, wenn er hier oben klettern will, spottet Rubinia. Das hat er auch verdient. Es dauert mehr als eine Stunde, um den Innenhof zu verlassen. Trojan holt sie auf halber Strecke ein. Verschwitzt und erschöpft, aber dennoch unerschrocken, setzen die drei ihren Weg zur Türschwelle fort, bis der Boden unter ihren Füßen zu beben beginnt. Rubinia geht in die Hocke. Kellen versteckt seinen Kopf. Nur Trojan bleibt stehen, hebt seine Finger und schwingt sie sanft hin und her. Rubinia zieht ihm am Ärmel herunter. Ich weiß nicht, ob es hier oben Erdbeben gibt, aber wenn ja, dann musst du dich vorsehen. Trojan schüttelt grinsend den Kopf. Versuch mal, die Beben zu zählen. Rubinia rollt mit den Augen, bläst Luft zwischen den Lippen, protestiert, tut aber, wie sie soll. All ihre Frustration fällt von ihr ab, als sie die ersten Töne entfernte Musik hört und es ihr klar wird. Hm, Kellen, der noch nicht in die feinere Welt eingeweiht ist, versucht erfolglos in ihre Fußstapfen zu treten. Das Beben hört oft auf und fängt wieder an. Aber warum zählten sie? Er runzelt die Stirn, als er versucht, es herauszufinden. Rubinia bedeckt seine zählende Hand mit ihrer eigenen. Sie tanzen, erklärt sie. Walzer tanzen, um genau zu sein, fügt Trojan hinzu. Was leider bedeutet, dass sie wach sind. Walzer? Kellen hat keine Ahnung, was das ist, aber er hat seine Mutter und Ronat einmal dabei erwischt, wie sie sich in großen Schritten um das Haus treten. Vielleicht ist das so ähnlich. Wenn sie tanzen, werden sie uns nicht bemerken, sagt er. Wir können uns immer noch reinschleichen. Inzwischen weiß er, was das Brummen von Rubinia bedeutet. Sie ist sich nicht sicher, aber sie wird sich der Herausforderung nicht entziehen. Hoffen wir es, sagt sie. Sie gehen weiter bis zur Schwelle selbst, einem großen Tor, das sich nur für die kleinsten Wesen auf der Bohnenstange öffnet. Unter der Holzdecke gehen sie hindurch. Die Welt, die sie auf der anderen Seite erwartet, würde jeden König des Reiches um den Verstand bringen. Wunderschöne Marmorbögen, die höher sind als jede Brüstung. Eine Kuppel aus Morgenhimmel über ihnen, ungestüme Musik, die in ihren Lungen dröhnt und vergoldete Kelche mit Brunnen voller Wein. Am auffälligsten sind jedoch die Riesen selbst. Ob in Wams und Kettenhemd oder in Taftkleidern, sind ein stattlicher Anblick. Und ein seltsamer Anblick, wenn man den Gerüchten über Riesenglauben schenken darf. Sollten sie nicht riesige Dinge tun, fragt Rubinia. Obwohl sie schreit, ist es schwer, sie bei der Musik zu verstehen. Vielleicht sind das riesige Dinge, sagt Callum. Wenn die Beben kommen, hüpft er mit ihnen mit. Im Hinterkopf fragt er sich, ob sein Vater Flügel hat und ob er sie auch haben wird, wenn er älter wird. Er hofft es. Der Junge hat recht. Ich verstehe nicht, warum sie nicht ab und zu eine Feier genießen sollen. Dieser Ort hat das nach allem, was er durchgemacht hat, sicher nötig, sagt Trojan. Ich habe nicht gesagt. Es ist nur so, dass andere Leute nicht... Rubinia fängt an, aber sie hört auf, sich zu ärgern. Wie auch immer. Wenigstens haben sie uns nicht bemerkt, Kellen. Weißt du, wo sie vielleicht einen Spiegel aufbewahren? In der Tat haben die Riesen die Abenteuer nicht bemerkt. Und das ist umso schlimmer für sie. Es gibt zwar ein Muster für Tänze, aber nicht alle Riesen sind anmutige Tänzer. Ihre besten Vorhersagen, wo der nächste Schritt sein wird, gehen manchmal daneben. Mehr als einmal zieht Rubinia Kellen aus der Reichweite des Schicksals. Mehr als einmal tut Rohin das Gleiche für sie. Kellens Herz hämmert wieder. Das ist gefährlich, natürlich ist es das. Aber mit der Musik und dem Lachen um ihn herum macht es auch irgendwie Spaß. Zu Hause ist er der kleinste Junge im Dorf. Aber hier sind alle klein und seine Beweglichkeit ist ein Segen. Er hilft von einem Schritt zum anderen. Seine Augen sind voller Staune und er sucht nach dem Silberschimmer. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es im Zimmer von jemandem. Was? Um mitten in der Nacht Fragen zu stellen? Obwohl Rubinia zunächst skeptisch ist, ändert sich ihre Meinung nach kurzem Nachdenken. Eigentlich ist es keine schlechte Idee. Es ist schwer zu erkennen, wo ein Raum sein könnte, wenn alles so groß ist wie hier. Als sie endlich eine Treppe finden, kann nur Trojan den glitschigen Stein erklimmen. Und es kostet ihn große Mühe. Trotzdem lässt er ein Seil für die anderen Falle und sie ziehen sich einer nach dem anderen hinauf. Auf diese Weise können sie die zwei Dutzend Stufen zu einem höheren Stockwerk klimmen, in dem sich vielleicht nicht einmal ein Schlafzimmer befindet. Doch auf halber Höhe der Treppe haben sie das Pech, eine Gans zu treffen. Die Jahre auf dem Bauernhof haben Kellens Herz gegenüber diesen verdammten Kreaturen abgehärtet. Er liebt so gut wie alles und jeden, der im Reich Atem holt. Außer Gänse. Und das aus gutem Grund. Die hiesigen Gänse sind das Einzige, das ihn so sehr stört wie die örtlichen Tyrannen. Vielleicht sind Gänse sogar schlimmer. Und was ist wirklich schlimmer als eine Gans seiner Größe? Eine Gans so groß wie der Marktwagen seiner Familie. Die goldgeschmückte Gans watschelt vor ihrer Besitzerin die Treppe hinunter, bei der er sich, ihrem Gewand nach, um die Dame des Hauses handeln muss. Und während die Riesen sie vielleicht nicht bemerken, tut es die Gans, die ein schreckliches Hupen von sich gibt und ihnen in die Auge schaut, als sie eine weitere Stufe erklimmen. Kellern erkennt in seinem Herzen die richtige Antwort auf diese Abscheulichkeit. Lauft, ruft, er rennt um euer Leben. Er hebt feilschnell ab, wobei seine Schuhe keinen Halt ab dem Marmor finden. Rubinja hat mehr Glück. Sie springt von der Stufe und landet in Trojans wartenden Armen. Sie bleibt stehen und dreht sich um, nur um zu sehen, wie Kellen mit der Brust auf dem Marmor landet und der Schnabel der Gans wie eine Axt herabfällt. Und zwei Finger, die den Rücken seines Umhangs kneifen. Er wird hoch in die Luft gehoben, seine Füße baumeln unter ihm. Die Gans knabbert an seinen Fersen. Wenn er es wagt, nach unten zu schauen, wird er einen unheilvollen Blick auf das Maul der Gans werben, etwas, das sein Gedächtnis für immer beflecken könnte, aber er ist klug genug, dieses Schicksal zu vermeiden. Stattdessen fixiert er seine Augen auf den finsteren Blick des Riesen. Kellen hält die Hände hoch, zuckt mit den Schultern, entschuldigen Sie die Störung. Wer seid ihr? fragt sie. Die Wucht ihrer Rede bringt ihn ins Schwanken. Was macht ihr auf meiner Party? Ich bin auf der Suche, sagt Kellen. Es ist schwierig, hier eine heldenhafte Pose einzunehmen, aber er gibt alles, was er kann. Ich suche den Zauberspiegel. Die Lippen des Riesen verziehen sich zu einem Grinsen. Nein. Verehrte Dame, ruft Rubina. Sie hat sich die Hände vor den Mund gehalten und schreit aus Leibeskräften. Wir haben nichts Böses vor, wir wollen dem Spiegel nur eine Frage stellen. Glaubst du, ich höre diese Lüge zum ersten Mal, antwortet der Riese? Das Kleinvolk mag nichts lieber als Täuschung. Wie kannst du es wagen, in der Nacht meines Geburtstages in mein Haus zu kommen und so hat er es von mir zu verlangen? Herzlichen Glückwunsch zu Geburtstag, platzt Kellen heraus. Das muss ich mir von dir nicht anhören, antwortet sie. Kellen hört einen tiefen Seufzer hinter ihm. Beluna, erzähl mir nicht, dass du Ärger machst. Ihre unwillige Gastgeberin, Beluna, dreht sich um. Übere Schultern weg sieht Kellen einen gekrönten Mann, dessen Becher bereits halb leer ist und dessen Wangen rötlich sind. Trotz seiner feinen Kleidung ist er nur halb so groß wie Beluna. Sein Bart ist buschig und grün. Beluna macht bei seinem Anblick einen Knicks, bei dem Kellen fast in den wartenden Schlund der Gans fällt. Lord Jorowo, sagt sie. Ich habe es nur mit einigen Schädlingen zu tun. Schädlinge, mit denen Sie sprechen? Ei, mein Herr, sagt Beluna. Sie hält Kellen zu dem anderen Mann hoch. Wenn er ihn jetzt ansieht, ist er sich ziemlich sicher, dass der Bart wirklich aus Pflanzen besteht. Und wenn er kleiner ist, aber Beluna ihm zuhört, könnte das der König der Riesen sein? Kellen kennt nicht mal seinen Namen. Er weiß nur, dass er während der Invasion aus Garenbrook verschwunden ist. Was macht er dann hier oben? Er ist nicht wie diese Riesen. Vielleicht stattet er ihn zur Geburtstagsfeiernbesuch ab. Kellen hofft wirklich sehr, dass er gute Laune hat. Sonst wartet die Gans auf ihn. Da sieht er nach einem jungen Mann aus, sagt der König. Du hast doch nicht vor, an deinem Geburtstag irgendwelche kleinen Leute an deine Gans zu verfüttern, oder? So dringend brauchst du doch keine goldenen Eier. Er will den Spiegel stehlen, protestiert sie. Und da ich Geburtstag habe, finde ich es richtig, dass ich entscheide, was ich mit ihm mache. Der König richtet seine Aufmerksamkeit auf Kellen. Junge Mann, warum bist du hier? Der Feenlord hat mir eine Aufgabe gestellt, sagt Kellen. Er hofft, dass die Erwähnung von Talion je wogen glätten wird. Lords respektieren sich gegenseitig, oder nicht? Ich und meine Freunde wollen zwei Hexen finden und besiegen, aber wir wissen nicht, wohin wir gehen sollen. Wir hatten gehofft, den Spiegel um Hilfe bitten zu können. Der König nickt und streicht sich über den Bart. Betrachten Sie sich und die Irren als meine Gäste auf diesem Fest. Kellen grinst. Natürlich, sagt er. Beluna, ich denke, es kann nicht schaden, Ihnen den Spiegel zu zeigen. Es ist unmöglich, dass Sie ihn zu dritt bewegen können. Und, nun ja, Sie sind jetzt Gäste. Der König zwinkert Ihnen verschwörerisch zu. Richte dem gütigen Herrn meine Grüße aus, ja? Sie sind ja jetzt von der langen Reise zurück. Er hört nicht, wie Beluna stöhnt, aber er kann es spüren. Ihr überstrapaziert die Gastfreundschaft, Lord Jovo, sagt sie. Aber ich verstehe, wie er meint. Der König geht vorbei, tätschelt dabei den Kopf der Gans. Beluna legt Kellen in ihrer Handfläche ab. Vorsichtig hebt sie die anderen auf und setzt sie ebenfalls dort ab. Dann beginnt sie zu gehen, ohne ein Wort zu sagen. Ihr Gang ist so breit, dass sie ihr Ziel in wenigen Augenblicken erreichen. Es ist in der Tat ein Schlafzimmer. Sie stellt sie vor dem Spiegel ab und verschränkt dann die Arme. Mach schnell, sagt sie. Du hast Glück, dass Albiorix dich heute Abend nicht fressen wird. Wer nennt eine Gans Albiorix, murmelt Rubinia. Kellen unterdrückt ein Schaudern und nähert sich dem Spiegel. Der Junge, den er dort sieht, getarnt, schon etwas mager von der Reise, wirkt größer als der Junge, der er noch vor ein paar Wochen war. Er wie ein Held. Oh großer Spiegel, sagt er. Wo kann ich die Hexe Hilda finden? Nichts passiert. Kellen runzelt die Stirn. Du musst ihm etwas sagen, was er nicht weiß, mein Freund, sagt Beluna. Der Spiegel spuckt wertvolle Informationen nicht umsonst aus. Hm, etwas, das er noch nicht gehört hat, wiederholt Trojan. Er legt Kellen eine Hand auf die Schulter. Spiegel von Indrelon. Mein Name ist Trojan und ich wurde nicht hier in Eldraine geboren. Was, sagt Rubinia, aber der Zauber beginnt bereits zu wirken. Der eisige Atem des Winters beschlägt die silberne Oberfläche. Kellen fühlt sich gezwungen, nach vorne zu greifen und ihn wegzuwischen. Unter dem Kondenswasser sieht er ein Schloss aus Eis, facettiert und glitzernd, das auf einer felsigen Klippe ruht. Warte, ich glaube, ich kenne diesen Ort. Loch Larent. Mein Bruder hat mich dort immer zum Angeln mitgenommen, sagt Rubinia. Sie runzelt die Stirn. Aber als wir vor dem Krieg dort waren, gab es kein Eis. Wie konnte sie so schnell so etwas bauen? Ich weiß es nicht, sagt Kellen. Aber wenn du uns den Weg zeigst, dann können wir es zusammen vielleicht herausfinden.